Was geht ab, Leute? Noddlet Games. Willkommen zurück zu Nioh. Wir säubern weiter das Dorf. Auf geht's. Fangen wir mit denen hier an. Und da hinten hatten wir ja noch diese wunderschönen Yo-Kai-Viecher. Beziehungsweise eins davon. Ah, ich bin ein bisschen zu langsam mit dem Speer. Oh, das Ausweichen klappt aber richtig gut. Oh! Der kann ja auch einen Finisher machen. Ist ja Wahnsinn. Das tut weh. Ich sollte mal kurz schnell die Waffe wechseln. Und ich habe gar keine Heilung, kein gar nichts. Das glaube ich nicht. Ich muss, glaube ich, nur die Seiten wechseln. Ah, nicht so offensiv. Komm, 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 komm. Das wird echt knapp. Au! Den kriegen wir aber. Ja! Na ja, nur Scheiß-Sachen bekommen von dem. Aber ein bisschen Ruhm. Okay, ich werde mal gucken, was mit meiner Ausrüstung hier los ist. Ja, sag ich ja. Ich muss das andere anwählen. Wie zum Teufel habe ich das nochmal gemacht? Ja, genau. Jetzt können wir nochmal beten. Heilen wir uns voll. Und gehen mal da hinten in die Ecke. Ich glaube, ich werde nicht mehr gegen all diese Viecher kämpfen. Aber wenn noch ziemlich hohe Stufe dabei ist, dann auf jeden Fall. Also die Wahrscheinlichkeit, dass was droppen kann, sieht man ja ja unten. So, dann komm mal her. Hier sind ziemlich viele verreckt. Oh, der klaut mir viel KI. Das scheint schon mal sehr effektiv zu sein. Na, vielleicht sollten wir das hier mit Distanz probieren. Kacke, da kam noch einer. Boah, ist der stark. Au! Wieso dreht er sich denn dabei? Ich dachte, er kloppt nur in eine Richtung. Guter Schaden. Maximale Vertrautheit sogar erreicht mittlerweile. Puh. Gut ausgewichen. Ja, mit dem Ball. Ja, ein bisschen Geduld. Ja, die sind ein bisschen zu ungeduldig gewesen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So ein Dämonenhorn abgestaubt. Okay. Maximale Vertrautheit sogar. 144 im Angriff. Nicht schlecht. Dadurch, dass die Vertrautheit so hoch ist, ist auch der Angriff gestiegen. Ähm... Keine guten Sachen hier. Aber eine gute Sache da. Ist zwar ein bisschen schwerer, aber das können wir gerne machen. Hier geht es sogar runter im Gewicht. Wahnsinn. Und dann sogar noch auf 24. Das mache ich sogar. Dann haben wir weniger Gewicht. Zwei mit weniger Verteidigung. Ist okay. Wir gehen mal weiter. Und ich weiß nicht genau, wodurch. Maximale Vertrautheit für das Doppelkatana. Ist gar nicht mal so übel. Oh, shit. Bogenschütze von der Seite. So, ist gut. Hier können wir wirklich mit maximaler Angriffskraft reingehen. Dem da hinten rasier ich auch mal schnell den Kopf ab. Die sollen aufhören zu blocken. Das ist echt kacke. Ja, man merkt schon, dass ich eine andere Ausrüstung anhab. Ich fress ganz schön viel Schaden. So, ich würde einfach mal hier reingehen. Zehn. Ah. Nicht so interessante Sachen. Na, dann komm. Boah. Offen wie ein Scheunentor. Schön. Alles mitnehmen. Zwei Fücher da. Einer da oben. Ja, aber ich denke, wir müssen wieder da oben hoch. Ich muss mich heilen. Bleibt mir nichts anderes über. Aber wir könnten den mal eben da killen. Boah, 4000. Sehr schön. Warum groß kämpfen? Ich denke, wir brauchen nicht großartig in die Häuser gehen. Fuck. Komm schon, komm schon. Hat gereicht. Na, da müssen wir vielleicht hoch. Da turnt wieder einer rum. Die Leiter ist ja hier weg. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ist aber nicht schlimm. Den haben wir. Manche Sachen sind einfach zu offensichtlich. Ein Wettstein. Also noch mehr als 900 können wir den, glaube ich, nicht höher gehen, oder? Weil da fehlt noch so ein ganz kleines bisschen. Scheiße, dass wir die nicht so abstechen können von hinten wie ein Darkslaw. Das wär geil. Da oben liegt noch was. Den baller ich einfach mal ins Gesicht. Spart eine Menge Zeit. Ich glaube, den Bogen sollten wir wieder nehmen. Moment, Talisman. Das hört sich interessant an. Äh. Können wir den nicht ausrüsten? Da. Ruf deinen Schutzgeist dabei. Also der kann uns ordentlich aus der Patsche helfen. Der Schrein ist ja auch hier weg. Schön. Sehr schön. Ah, will ich gegen den kämpfen? Für das Erste nicht. So, da hinten könnte man auf das Haus kommen. Mein Gott. Jedes Mal dasselbe. Und keine Munition mehr. Ach, jedes Mal. Eindeutig zu viel Ausdauer verbraucht. Herrlich. Ja, hier können wir sogar rüber gehen. Machen wir das doch einfach mal. Ja, ein paar Pfeile. Und Lundenschloss Munition. Sogar nur Lundenschloss Munition. Die nehmen wir mit. Sollte ich mir manchmal wirklich aufbewahren. Aber es ist so einfach, die zu killen. Weil ich nicht weiß, was so eine Ecke ist. Ne, dass ich drei auf einmal ziehe. Ja, mit Helm, ohne Helm. Ist egal. Lundenschloss Schütze. Rufstufe gestiegen. Ah, hier sieht aber aus, als ob ich richtig gehe. Schön. Komm, komm, komm. Wir haben, glaube ich, nur noch einen Schuss mit dem Ding. Wow, der ist schwach. Das ist dein Ende. Zu einfach. Den könnte ich von oben angreifen. Sogar richtig gut geklappt. Wir sollten so viele wie möglich killen. Wir brauchen die Erfahrung. Schön. Der Dreck ist doch wirklich blitzschneller. Macht viel Schaden. Wieder Lundenschloss Munition und ein neues Lundenschloss. Aber bestimmt nicht stärker. Wo haben wir das Ding? Da. Lundenschloss 107, 96. Wir sind auf dem richtigen Weg. So viel ist sicher. Krass, wie schnell die reagieren. Ausgepowert. Oh shit. Das ist natürlich immer fatal. Nur noch ein schneller Angriff. Den kriegen wir auch. Den kriegen wir auch. Bin ich ausdauervorsichtig. Hartnäckig. Hartnäckig. Aber leider zu schwach. So, ein bisschen heilen. Dann gehen wir weiter. Vielleicht müssen wir auch einfach nur den Anführer killen. Nein, das geht nicht. Wir können ja nicht von hinten angreifen. Oder ich mache es falsch. Komm her. So, rennen wir einfach hier durch und machen Massaker. Alter Schwede. Der hat aber ganz schön viel dabei gehabt. Nicht der Boss. Der ist, glaube ich, hier oben. Oder hier drin. Guck mal. Ja, könnte vielleicht einer von denen sein. Ich weiß es nicht. Ähm. Ich habe was Neues bekommen. Oh, ich habe so viele Sachen. Die müssen wir alle mal loswerden. 94er Soldatensperr. Sogar besser als mein jetziger. Der hat nur noch 91. Da. Was haben wir hier Neues? 26, 20, 44. Oh, auf 72. Das ist zu viel. Neuer Anhänger. Wasser haben wir schon mal. Und 11. Ah, scheint auch okay zu sein. Der deckt den ganz gut. Wir haben nur noch einen Schuss. Vielleicht treffe ich den ja so. Ich glaube aber nicht, dass das klappt. Doch, hat geklappt. Hat sogar gut Schaden gemacht. Ja, das ist der Boss. Wieviel Schaden wir dem schon gemacht haben. Da hat mir keinem Angriff getroffen. Tja, ist ein bisschen scheiße, wenn man raus ist. Mission abgeschlossen. Da rennen wir doch durch. Und weg hier. Vielleicht hätten wir ein paar tolle Dinge gefunden, aber... Whatever. Das sind kleine Missionen, die können wir schnell abschließen. Auf zur nächsten. Tot den Banditen. In Zwilling-Mission geändert. Aha. Nächste Hauptmission. Tief in den Schatten. Ja. Willkommen, Hansel. Es ist gut, dass du mit deinen Freunden gekommen bist. Sir William, ich war mir. Wurde gesagt, dass du über ein gewisses Geschick... Okay, mein Sohn ist aufgebrochen. Schurken zerschlagen. Also wieder dasselbe. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ein komplexes System von Kalksteinhöhlen. Also viele Hinterhalter. So viele Hinterhalter. Ja. Also bisher kommen wir sehr gut voran. Katze! Die Katze kann sprechen. Oh, der ist in uns drin. Die Katze kann sprechen. Oh, der ist in uns drin. Oh, der ist in uns drin. Oh, der ist in uns drin. Das sieht mir doch glatt aus nach einem neuen Schutzgeist. Wir sollten aber erstmal upgraden. Stufenaufstieg. Wo machen wir noch mehr Punkte rein? In Magie, würde ich sagen. Aber wohl... Mach zwei Punkte in KI rein. Stufe 16. Cool. Erforschen wir die Höllen. Viele Hinterhalte. Kann ich eigentlich eine neue Ausrüstung equippen? Ich hab nämlich doch so viel. Locker eines jungen Samurai. Zwei Samurai-Fähigkeitspunkte. Benutze ich mal. Das Schwert, ein Gegengift. Die Steine benutze ich absolut nicht. Denke ich nicht dran. Aber nächstes Mal vielleicht. Zu einfach. Ich hoffe, dass der nächste Boss richtig schwer wird. Denn der letzte war wirklich einfach. Schön. Probier vielleicht mal ein bisschen schneller zu schlagen. Was haben wir denn hier hinten noch? Kleine Kiste. Ah, hier in der Klippe verreckt. Genau deswegen. Hier kann man runterfallen, aber ganz heftig. Komm mit. Und tschüss. Dominiert. Hm. Der ist wirklich tödlich gestürzt, ja. Da hat's auch leider einen erwischt. Wir passen aber auf. Ah. Hier hat's uns auch böse erwischen können. Moment, lag hier nicht eine Leiche gerade noch? Hm. Von den Schurken aufgeschlitzt. Wo die alle verrecken. Das ist Wahnsinn. Bomben könnte ich mal wieder gebrauchen. Moment. Ich dürfte doch garantiert Pfeile wieder haben. Mindestens ein. Das macht wirklich nicht viel Schaden. Scheiße, jetzt hab ich auch noch den anderen angelockt. Gut, gut, gut. Aber der da oben nervt. Oh, ich hab eine nette Axt bekommen. Volle Offensive gegen sie. Zu einfach. So, gucken wir mal, was die Axt macht. Wo haben wir die neue Axt? Ja, es ist da. Baditen-Axt. 128. Machen wir mal. Zwar ein bisschen langsamer, aber gucken. Die Kiste ist offen. Verdammt. Okay, killen wir den Rest da oben. Auf geht's.